Hast du schon gehört? Centino disst Mock aufs Übelste im Livestream. Der Beef der Band-Rapper geht in die nächste Runde. Mock fordert 20% von Centinos Einnahmen. Dieser denkt nicht dran zu bezahlen. Nie habe er einen Vertrag oder ähnliches unterschrieben. Mock droht Centino intime Fotos von ihm und seiner Freundin zu veröffentlichen. Centino geht daraufhin live und schießt aufs Übelste gegen Mock. Für welches Team bist du? Centino oder Mock? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News mach das bloß weg und folge unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.